Das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain wusste nicht, wie ihm geschah. Über rund 160 Minuten in Hin- und Rückspiel waren die Mannen von Trainer Thomas Tuchel die dominierende Mannschaft. Und trotzdem steht Manchester United nach dem dramatischen 3-1-Sieg im zweiten Duell im Viertelfinale der Champions League. Und bei PSG herrscht Ernüchterung. Wieder einmal ist der Traum vom Titel in der Königsklasse früh geplatzt. Anzeigefluch von Buffon hält 17 Jahre an für einen Spieler der Pariser war der Abend besonders bitter. Jean-Louis G. Buffon versucht seit 1997, die begehrte Henkel-Trophäe einmal in die Höhe zu stemmen. Doch auch 22 Jahre später wird es wieder nichts. Meist gelesener Artikel 1 Fußball der FB-Team Hummels reagiert auf Ausbuttung 2 Wintersport-Biathlon-Beathleten holen erste Medaille 3 Fußball-Bundesliga-Kovac, Löw hat zweimal angerufen 4 Fußball-Champions-League-East-Duchel bei PSG schon am Ende? 5 Sport 1 BMW statt Audi? FCB winkt wohl 800 Millionen. Die Champions League-Fluch von italienischen Torwart-Legende hält an. Wohlmöglich war es Buffons letzte Chance, den Titel, der in seiner riesigen Sammlung noch fehlt, einzuheimsen. Oder doch nicht? Laut Sky Italia ist sich Gigi mit PSG einig, seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Jetzt Fanartikel internationale Top-Clubs kaufen. Hier geht es zum Shop. Anzeige spielt Buffon noch bis 2021 für PSG? Als sich der 41-Jährige dem französischen Serienmeister im letzten Sommer anschloss, vereinbarten die Parteien eine Zusammenarbeit bis 2019, mit Option auf eine weitere Saison. Diese Klausel hat Buffon nun offenbar gezogen. Dem Bericht zufolge besitzt auch der Anschlussvertrag den Zusatz, dass die Zusammenarbeit um noch eine Spielzeit ausgedehmt werden kann. Sprich, Buffon könnte noch bis Sommer 2021 für PSG spielen. Gianluigi Buffons Karriere in der Champions League fehlt nur noch die endgültige Krönung, Copyright-Symbol, Sport1-im-Football. Dann wäre der FIFA-Welterhüter von 2017 stolze 43 Jahre alt und damit der zweitälteste Champions League-Spieler aller Zeiten. Ich möchte einfach weiterhin meinen Fußball genießen und für den Verein und meine Teamkollegen nützlich sein, wurde Buffon Mitte Februar zitiert, als er auf eine mögliche Vertragsverlängerung angesprochen wurde. Batzer ermöglicht Tor von Lukaku doch um den Fußball weiterhin genießen zu können, muss Buffon auch seine Leistung verbessern. Am Mittwochabend im Park des Prinzes gehörte er zu den tragischen Helden. In der 30 Minute ließ er einen harten Schuss aus 30 Metern Torentfernung von Marcus Rashford zu abprallen, das Romelu Lukaku nur noch einschieben musste. Bilder Galerie Champions League, Pressestimmen zu PSG, Manchester United 17 Bilder Für diesen Batzer musste er sich in den sozialen Medien teils heftigen Sport gefallen lassen. Buffon und sein Team sind verflucht, titelte der Coriere Dello Sport. Angesichts der geringen Chancenanzahl der Red Devils war es ein entscheidender Fehler. Beim Elfmeter in der Nachspielzeit war Buffon allerdings machtlos.Trashfett und Videobeweis entscheidend in der kommenden Saison wird der Italiener mit BSG voraussichtlich also erneut versuchen, seinen Fluch zu bezwingen. Dreimal stand der Weltmeister von 2014 mit Juventus Turin im Finale der Königsklasse. Doch stets zog sein Team den Kürzeren. Letzte Saison scheiterte er auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale mit Juve an Real Madrid. Unvergessen dabei sein Ausraster, der mit einer roten Karte und drei Spielensperre bedacht wurden. Nun ließen ein Flatterball von Rashford und der Videobeweis Buffon Traum überraschend früh platzen. Der Sohn gratis testen und internationalen Fußball sowie die Champions League live und auf Abruf erleben. Anzeige Anzeige